Ich habe hier einen neuen BH. Den habe ich bekommen und den möchte ich heute anprobieren. Der ist hochinteressant, der hat sehr viele Haken. Das Doppelte, das ich trage. Und hier glaube ich, das ist auch ein Still-BH. Das möchte ich heute alles anprobieren. Das kann man hier aufmachen. Okay, und die Große? 38 K. K? Ja. Schön groß. So, dann würde ich den jetzt anziehen und probieren.